Mein Motiv war einfach, ich wollte wieder schneller werden, die Reaktionsschnelligkeit, die Ausdauer, die ich damals hatte, bevor ich mich sehr auf meinen Beruf konzentriert habe. Ich bin Patrick und ich bin Physiotherapeut. Von dem Training habe ich erhofft, dass es mir Spaß macht, dass man respektvoll mit mir umgeht, dass ich trotzdem aber ein gutes Trainingsergebnis erziele und schnell wieder fitter werde. Durch das Training habe ich tatsächlich erreicht, dass ich ein bisschen an Gewicht verloren habe, generell viel schneller geworden bin und mich auch fitter im Alltag fühle. Ich würde das Training allen Selbstständigen empfehlen, Unternehmern, die wenig Zeit haben oder generell die viel Stress in ihren Belastungen, in ihrem Beruf haben, weil man einfach sehr konzentriert in kurzer Zeit viel erreichen kann. Ich würde das Training haben, weil ich mich sehr konzentriert habe, weil ich mich sehr konzentriert habe,